Ein Blinder malt. Yippie, ich male ein Hippie-Tippie. Oder ein Indianer-Zelt. Das kann man sehen, wie man will. Ich bin kein Hippie. Dort? Ja. Jetzt kommen die Stangen, die das Zelt tragen. So. Vier Stangen müssen reichen, um das Fettzelt zu tragen. Jetzt malen wir den Eingang. So. Das ist die Sonne, die das Indianer-Zelt wärmt. Natürlich wird es auch von innen mit einem schönen Feuerchen gewärmt. Viel Spaß euch allen und bis dann! Bis dann. da innen die Ghostlife? Bis dann aus! Wie dann?